Es geht los. Oh nein, es ist die Kim. Was passiert, lan? Hat mich jemand runtergeschmissen, oder was? Ich küsse dein Herz, Bruder. Wallah, ich habe mir gerade was zu essen bestellt. Du hast gerade gezahlt. Ich küsse dein Herz, Wallah. Lee, ich küsse dein Herz. Grüße zurück nach Luxemburg, Bro. Grüße zurück nach Luxemburg. Ich küsse dein Herz, Bro. Ich küsse dein Herz, Bruder. Wallah, vielen, vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank, Bro. Ich bin im Wasser gespawnt. Okay, alles gut. Was passiert hier? Was ist das? Meine Villa ist ja voll verbackt, lan. So. Was passiert? Ich bin irgendwie unter Wasser aufgewacht. Ich bin irgendwie im Wasser aufgewacht. Was? Was neue ID? Das war Vago. Das war doch nicht Vago. Was redet ihr? Wollt ihr Cousins Hops nehmen? Ne, 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 ne. So leicht, so leicht wird hier keiner, äh, so leicht wird hier keiner Hops genommen. Jetzt chillt erst mal. Alles langsam, alles langsam. Bruder, ich hab mir Pizza, äh, Pizza, Sucuk bestellt. Ja, aber ich werd so ein Fettsack. Ich werd so ein Fettsack, ich hab wieder Ding, Pizza bestellt. Diese Corona hat mich auseinandergenommen. Dann ist Wende. Okay, Heroin lohnt sich nicht zu nehmen. Immer auf Corona schießen. Hol Memo von El Grande. Jungs, ich kann so eine Eta-Information nicht nehmen. Tut mir leid. Allah, sowas kann ich nicht machen. Bleibt VOD. Es fängt jetzt schon an. Okay, ja, Bro, es bleibt. Es bleibt. Ich bin, Däin. Ja, komm rein in den Laden, Bruder. Ich komme dahin. Bruder, ich küsse doch dein Herz. Unterhaltsam ist der Rp-Spieler. Wallah, ich küsse doch dein Herz, Bruder. Denn ich küsse doch... Wallah, ihr seid die Besten. Ich küsse eure Herzen. Mein Netflix-Geld, Junge, braucht das nicht mehr wegen dir. Ich küsse dein Herz. Dankeschön, Bro. Danke vielmals. Ich küsse deine Augen. Ich küsse deine Augen, Bro. Ich küsse deine Augen. So, jetzt, ihr wisst ja, ich bin zwar nicht gut im Schießen, aber fahren kann ich dafür echt gut. Deswegen bin ich jetzt bei Schießerei immer Fahrer. Okay, weil meine Fahrkünste sind echt gut. Außer jetzt das, das war jetzt Vorführeffekt. Aber schau, ich habe sogar das gerettet. Ja, ich komme da jetzt hin. Ich komme da in Grove Street. Alhamdulillah. Asozialer Marokkaner. Ich küsse deine Herz, Ali, Inschallah. Danke für deine 100-Bütze, Bro. Ich küsse deine Herz. Jungs, ich bin jetzt da an Grove Tankstelle. Wie kennst du diese Raid? Nein, was ist das? Was ist das, Bruder? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Jungs. Ich bin da, was ist los? Was ist das? Was ist das? Da ist jemand. Ja, da schießt anscheinend jemand. Der zieht Waffe. Der hat Waffe gezogen. Steig ein. Grüne Waffe. Äh, grünes Auto. Der hat Waffe gezogen. Oder warum liegt einer von uns? Was passiert? Da ist anscheinend einer mit grünem Fahrzeug. Hat Drive-By gemacht. Ja, ich bin aufgabes gekommen. Wer hat Waffe gezogen? Was ist das? Warte, da ist doch einer von uns. Jungs, was passiert dort? Welches Auto fährt vorbei? Ein Audi. Ein grüner Audi. Und warum sind die Vatos da gerade hinten? Die Vatos waren gerade da und wir sind gekommen. Und dann ist es dazu gekommen zu dieser Schisserei. Der hat einfach auf alle geschossen. Deswegen meinte ich. Achso, er hat auf alle geschossen. Ja, er hat einfach hier rauf geballert. Aber der Medic ist eh schon da. Von den Jahren. Und wo ist der jetzt hin, der Bastard? Also, keine Ahnung, Bruder. Die hatten so... Ja, das auf jeden Fall. Auch ein GTA-Spieler von 1 zu 15. Okay. Auf jeden Fall, Farod, ich habe keinen Kontakt mit meinem Bruder. Für Heroin, aber er will 1.000 von Heroin. Hey, Bruder, Bruder. Ja. Habt ihr gesehen, wer hat auf mich gerade geballert, einfach so, ja? Ja, das war ein Audi. Okay, okay, sehr gut. Leute, die werden jetzt richtig bluten, Alter. Wallah, billah. Das reicht jetzt. Ey, rote, grüne, grüne Audi. Ey, sind grün nicht die Tschetschenen, Alter? Waren das nicht die dann? Oder, keine Ahnung, weil es war. Wallah, billah. Es wird Ramadan mit einem Tag vorgezogen. Ey. Rino ist wieder da. Ey, Farod, ich küsse dein Herz, Bruder. Was geht? Was geht? Grüße an die Schweiz, Bro. Ich küsse dein Herz. Ich küsse deine Augen, Bruder. Ey, ich kriege hier auf die 700 Euro. Ja, einer auch nach links. Ja, Bro, wir brauchen langsam eine Menge, das wir wollen, das wir haben. Ich könnte sogar 500, also weniger. Wer ist denn der auf dem Crossbike? Wer ist das auf dem Crossbike? Ivo. Achso, okay. Warte mal, lass mal kurz, ich geh mal kurz zu den Tschetschenen, was die, was, ob das die vielleicht waren. Warte. Ey, du Streusch. Mach mal die Klappe zu. Was Klappe zu, Mann? Wie redest du mit mir? Oha. Schaut mal, der Bretter ist wieder, Jungs. Lass ihn ficken, lass ihn ficken. Fight him, fight him, fight him. Bruder, Nissan, Nissan. Fick ihn, fick ihn, Doc. Ja, Bruder, aber es ist zu weit. Warte. Wo ist der hin, da? Was, wer ist das, Alter? Keine Ahnung, Bruder. Der will auf jeden Fall sterben, ja? Wo ist der hin? Der ist schnell, geradeaus. Ah, da. Boah, Nissan, Alter. Nissan, GTR. Da war auch ein Krüger, ja? Boah, halt dich fest. Halt ihn, halt bereit. Fick ihn weg, fick ihn weg, fick ihn weg. Fick ihn, Doc. Ja, Bruder, es ist weit. Gleich, gleich, gleich. Komm schon, Doc. Der hat meinen Reifen. Days and come, Bruder. Days and come, days and come. Halt dich bereit. Halt, nein, nein, lass mich reparieren. Halt du dich bereit. Lass, halt du, halt du ausschauf. Okay. Sicher ab, Bruder, sicher ab. Moruck, wer ist das, Amann? Der fährt da mit 150, mit 250 durch, überfährt einen und rattert da einfach rum und so. Wer war, wer ist das? Der ist links-rechts gefahren, Bruder. Und du auch, Alter. Ich konnte ihn nicht erwischen, ja? Alles gut, Bruder. Aber wer ist dieser Bastard, Alter, dass er einfach hier vorbeifährt? Keine Ahnung, Bruder. Bruder, äh. Der lebt auf jeden Fall recht gefährlich. Das ist doch nicht Hakan, Digga. Ich hatte auch noch Pistole, Bruder, wenn ich die Tech hätte. Da ist gerade einer auf links vorbeigefahren, aber weiß nicht, ob die es war. Äh, Bruder, ich bin gerade jetzt... Lass uns wieder dort an der Tankstelle treffen. Ich komme da hin. Jungs, welche Tankstelle seid ihr denn? Bolas Tankstelle. Was sucht ihr dort in diesem Drecksgebiet? Aber wir müssen mal gucken. Der kommt bestimmt wieder da hin, Bruder. Orange in der Nissan GTR. Wenn ihr den seht, fickt ihn direkt weg. Aber weißt du, wer, wer, wer das, wer das war, Bruder? Oh, keine Ahnung, Allah. Ja, Bubu, ich bin gerade in das Fach geworden. Ja, und die Tschetschenen sind mir auch ziemlich frech, Bruder. Der sagt zu mir einfach, mach die Klappe zu. Was denkt ihr, wer der ist, Alter? Cousin, wir werden sowieso die... Cousin, Cousin, wo sollen wir uns treffen, Bruder? Sollte sie sich entscheiden? Ja, schnell kommen. Ja, zu dieser Bolas Tankstelle. Wo bist du, Abu? Ich hole dich ab, Bruder. Warte, ich bin gerade am Würfelpack. Ja, lass, komm, ich komm. Da ist ein orangeines Aufwand. Ja, ja, fahrt ihm hinterher, fahrt ihm hinterher. Das war ein 5-Poder. Ach so, doch nicht. Das war wie so ein BMW. Nein, nein, bleibt stehen. Ich bin in Teu, ich bin in Teu, ich bin in Teu. Folgt mir. Wallah, Doc, ich bin so froh, dass ich damals den Ferrari geholt habe. Du glaubst mir nicht. Das sind auch unsere Jungs. Äh, Bolas Tankstelle gleich. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich bin Unicorn. Wo, wo? Okay, okay, unter der Brücke bei der Tankstelle. Er fährt, er fährt, äh, Fahrschule, Fahrschule entlang. Fahrschule entlang. Halt dich bereit, Doc. Wir sind vor Fahrschule. Wo, Bruder? Hä? Wir sind jetzt bei der Garage, Bruder. Bruder, Garage ganz im Osten. Bruder, Bruder. Bruder, 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 Bruder